Eieiei, so. Hi und willkommen zu einer weiteren Folge der Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe gestern noch vergessen, euch eigentlich mitzuteilen, was der Vorteil hier ist. Also wir sind jetzt kurz auf meinem Rathaus 13 Dorf. Was eigentlich der Vorteil ist, dass wir hier so eine kleine Liga spielen. Wir können nicht Achter werden oder so. Das heißt also, bei der Verteilung der Liga-Medaillen bin ich echt mal gespannt. Ich merke mir das, ob wir im Falle, wenn wir Sechster werden, 431 bekommen oder ob wir nur 417 werden, weil wir eigentlich Achter geworden wären. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Denn da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also eigentlich können wir nur Sechster werden. Mit 431 Medaillen ist das, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Wir wollen aber heute auf mein Rathaus 11 springen. Ich will herausfinden, ob die Yetis da genauso gut und so stark sind. Also so ein Yetis-Mesh wie auf Rathaus 12. Also springen wir mal kurz auf mein 12er und machen mal Live-Fail-Angriff. Denn dort bin ich so ein bisschen verwirrt. Aber mal sehen, Yetis auf Rathaus 12, ob das auch noch funktioniert. So, da sind wir angekommen. Und ich habe so eine ganz, ganz komische Armee am Start. Ich habe noch so ein bisschen Zeit. Ja, ja, der Toto ist immer der Letzte, wenn er hier angreift. Aber ich habe immer noch 55 Minuten Zeit. Also eben hat jemand im Discord geschrieben, Toto noch eine Stunde 40. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben noch alle Zeit der Welt. Wir haben noch alle Zeit der Welt, um das ganze Ding hier zu gewinnen. Und ich denke mal, wir werden es auch gewinnen. Denn wir haben unten drei Elfer gehabt. Wir sind selber unten drei Zwölfer. Und gucken einfach mal rein, was man hier so auf Elfer als Zwölfer machen kann. Man kann ja verschiedene Dinge machen. Aber ein Dreier ist es sicherlich nicht. Und je länger ich immer über eine Base nachdenke, desto zweifelhafter werde ich. Aber ich versuche halt auch viel mit den neuen Truppen zu machen. Vor allen Dingen mit Yetis oder mit Hybrid-Techniken. Und gelingt mir nicht immer. Auch wenn ich jetzt nicht so cool damit übe. Aber die Susan hier hat das ganz gut gemacht. Sie wechselt einfach. Früher hat man ja gesagt. Was heißt früher? Ist auch Blödsinn. Man hat ja immer gesagt, Hexen. Die Karre war suboptimal. Aber egal. Hexen-Riesen-Bowler sind eigentlich immer eine gute Wahl zum Dippen. Egal auf welcher Rathausstufe du das Ganze machen kannst. Und das hätte man sicherlich anders machen können. Aber so kommt sie trotzdem noch gut in die Base rein. Hier mit dem Sprungzauber. Und ist hier immer noch überlegen gegenüber den beiden Single-Infernors. Ich habe gleich auch zwei Single-Infernors vor mir. Und ihr habt da auch Respekt vor. Warum auch immer. Die sind auf jeden Fall immer etwas angsteinflößender als Multi-Infernors. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr da auch so Schiss vorhabt oder nicht. Single-Inferno oder Multi-Inferno. Oder ob ihr findet, die Multis sind ein bisschen blöder für meine Angriffsstrategie. Oder sind es dann doch eher die Single. Wenn ich das sehe, wie Susan sich hier so durchschneidet. Dann muss ich schon sagen. Vielleicht bist du doch mit Yeti Smash oder Yeti Blimp nicht ganz so gut beraten. Es können auch durchaus zwei Sterne sein. Und ich glaube, ich werde heute Abend auch wieder nicht drei Sterne holen. Ich muss aber unbedingt zwei Sterne holen. Und auch das werde ich euch dann zeigen, warum das so ist. Also ich würde es ganz gerne tun. Würden, wollen, tun. Es sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber hat es hier gut gemacht, glaube ich. Und sieht auch ganz gut aus. Ich habe die Tage übrigens gesehen. Ich habe noch mal ein paar Performance-Verbesserungen hier gemacht. Wenn ich hier vom Tabby aufnehme, hat es ab und zu mal geruckelt. Ich hoffe, das ist jetzt auch weg, wenn wir hier so Massentruppen sehen. Das war nur so ein ganz, ganz kleiner. Ist euch vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber mir so als Aufnehmen, da fällt sowas natürlich immer sehr, sehr schnell mal auf. Vor allen Dingen, wenn du es öfter guckst oder öfter mal machst. Und naja, alter, 55 Minuten. Wollen wir ein bisschen reingucken hier? Na klar. Wir sind hier so ein paar 13er und wir sind ein paar 12er. Also wir sind eigentlich nur 12 und 13er hier beim Clan Herausforderer. Wir sind auch nicht viele. Das seht ihr. Wir sind mal gerade so 3 von 18, manchmal nur 1 von 18. Im Normalfall sind wir im Moment glaube ich so 32 bis 35 Leute. Also wenn ihr nach der Liga nichts zu tun habt, kommt hier ruhig rein in den Clan. Denn wir suchen so ab Rathaus, gutes Rathaus 9. Unten in dem Bereich 9, 10, 11. Könnten wir uns wieder ein bisschen aufstocken. Und wir teilen uns dann wieder halt zur Liga. Das habt ihr jetzt auch ein bisschen mitbekommen. Auch die 10er hier sind aus der Liga raus. Und auch die 9er sind halt in anderen Clans. Ich bin hier teilweise im Clan Deutschland Ad oder auch in ganz ganz anderen Clans mit meinen Accounts. Und sehen wir sicherlich noch ein bisschen was von. Aber kommt hier ruhig rein. Die ID, ihr seht das hier, ist RVV2CUV8. Das konnte ich sogar mal auswendig. Aber im Laufe der Zeit wird man auch wieder etwas gedankenloser. Und das ist eigentlich so ein bisschen so der harte 12er, 13er Stamm. Oder 13, 12er Stamm, wenn ihr mit dazugehören wollt. Und wie gesagt, joint hier ruhig rein. Bewerbt euch. Das Ding ist auf Invite only. Ich meine, jetzt in der Liga nehmen wir im Moment keinen an. Da wundert euch nicht, dass wir auf Invite only stehen. Wir könnten auch zumachen. Aber wir switchen immer ein bisschen hin und her. Wegen den Maschinen, wegen den Truppen. Das heißt, aus Deutschland Ad kommen wir hier zu uns rein. Gehen wieder rüber und so weiter. Deswegen sind die Clans auf Invite. Aber wir nehmen niemanden an. Also da nicht traurig sein oder sowas. Wenn ihr hier nicht reinkommt. Und ich denke mal, ich spiele erstmal Liga für euch. Und naja. Der Gegner hat recht heftig gefehlt. Allerdings haben wir auch ganz nett gefehlt. Mal wieder mit drei Einsternern hier. Obwohl der Ferdinand gesagt hat, wir sollen immer souveräne Zwei-Sterner machen. Also Save Zwei-Sterner. Und ein Save Zwei-Sterner holst du eigentlich immer mit einer Blimp. Eigentlich immer mit einer Blimp, wenn man den tauscht. Mal gucken, wie Herr Stranski das hier gemacht hat. Auf die Nummer eins. Eins auf eins hier. Rathaus 13 auf Rathaus 13. Und da sehen wir schon das erste kleine Embargo hier. Das passiert mir aber auch immer. Vielleicht hat er da auch die Krise gekriegt. Weiß ich nicht. Aber das passiert mir auch immer. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Heiler Switch auf dem King. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Du willst, dass die Heiler auf der Queen bleiben. Allerdings muss die Queen dazu Beschuss bekommen. Das heißt, sie muss Schaden nehmen. Das hat sie hier am Anfang nicht. Also sind die Heiler erstmal fröhlich hier Richtung King gegangen. Ich meine, so schlecht ist es jetzt auch nicht. So schlecht ist es jetzt auch nicht. Dann ist halt der dicke Hals so ein bisschen in Heilung. Und der Rest ist auch hier mit Yeti. Allerdings mit Pekka. Das ist jetzt nicht so. Ich habe nur 260 Truppen. Ne, ich habe auch gleich 280 Truppen. Aber ich habe es ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe einen ziemlich teuren Funnel heute gebaut. Mein ziemlich teurer Funnel kostet knapp, kostet satte 60 Truppenstärken. Und das ist ziemlich viel. Aber auch er hat sich hier gesagt, bevor ich hier gar nichts setze, setze ich hier mal einen Blimp. Und komme ich hier vielleicht zum Rathaus. Das schafft das Zeppelin hier auch. Und da sind auch, sind das meine Truppen? Ah, ich hoffe, das waren meine Truppen hier. Meine Blimp-Einheit ist da nicht ganz so stark. Ich habe hier jetzt zwei Yetis drin und einen Magier. Zwei Yetis und eine Walküre ist schon ein ganz kleines Stück heftiger. Aber dann gucken wir mal hier rein. Ich muss jetzt gleich kurz mal das Video quer hören, ob das eigentlich zu laut ist. Denn ich habe heute mal den In-Game-Sound mit in der Aufnahme. Das ist auch sehr selten. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen abtesten. Ob das jetzt zu laut oder zu leise ist oder ob man das gar nicht hört. Also ich sehe so einen ganz, ganz kleinen Ausschlag gerade. Vielleicht wird der im Video gar nicht wahrgenommen. Denn beim Schneiden und so, da geht sowieso noch mal so ein kleines bisschen Lautstärke verloren. Aber mal sehen hier. Ich habe heute meine PVP, nein, mein PVP-Hemd an. Allerdings nicht von Nebelnick, sondern mein eigenes. Ich weiß nicht, sagt euch bestimmt noch was, oder? PVP-Jacke von Nebelnick. Legendär. Allerdings ist das auch eins meiner Lieblingshemden. Hier muss ich sagen, das ist so kuschelig warm. Es wird ja wieder ein bisschen kälter. Und dann ziehe ich mir das schon mal ganz, ganz gerne über. So ein bisschen zum Rumpf lädzen allerdings auch nur. Und hier gehen noch die Blimpys außen. Aber ich glaube, das hat er ganz gut geregelt hier mit seiner Truppe. Hier sind in jedem Fall coole zwei Sterne mit vielen Prozenten auch. Mal sehen, welche Matches hier überhaupt als unentschieden ausgehen. Und wir haben aber auch noch... Alter, ich habe ja Zeit, meine Herren. Was habe ich für eine Zeit? Glati. Glati habe ich schon lange nicht mehr gesehen. 59 Prozent hat er hier durchgerettet. Okay, als Rathaus zwölf wird das aber sein. Neun gegen neun. Denn wir sind so ein ganz kleines bisschen... Nicht ganz auf der Höhe der Rathäuser mit der Liga hier. Aber wir wollen mal nicht meckern. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, die haben ja viel, viel mehr 13er oder sowas. Das ist hier, glaube ich, hält sich noch ganz gut die Waage. Wir sind jetzt auch nicht so die ultraschlechten Zwölfer, die jetzt nicht wissen, wie man zwei Sterne auf eine Base holt. Auf ein 13er Base. Dennoch musst du sie erstmal machen. Mal gucken. Der Glati hier auch mit den Ice Golems dabei. Die hat er auch schon auf 5. Meine sind auch gerade auf 5 gegangen hier beim Avatar. Und die wollte ich ja auf jeden Fall auf 5 haben. Denn nicht nur zwecks der Spenden, sondern weil ich sie auch selber ganz gerne einsetze. Allerdings jetzt... Heute habe ich keine dabei. Das werdet ihr gleich sehen. Und Alter, die Clamook habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. No Minions hier oder so. Ziemlich No Minions. Die müssen jetzt allerdings auch alle so ganz langsam sterben. Da sterben sie nicht ganz alle im Gift. Hat er vielleicht nicht gesehen. Denn die sind sehr, sehr schnell raus. Ähnlich wie Walküren. Aber Rathau ist schon mal weg. Jetzt musste er eigentlich noch hier in die Flanke, beziehungsweise in die Mitte durchkommen. Die ist aber hart verteidigt mit zwei Splattershots. Also mit zwei Schleuderfallen oder Schleuderkatapulte heißen sie am Deutschen. Sind aber auch weg. Allerdings jetzt die Mauer und danach haben wir auch noch zwei Infernus. Das kann man anders machen. Aber als Zwölfer, glaube ich, ist das ganz in Ordnung. Können wir nicht meckern. Passt so. Sehr, sehr cool. Also mal sehen, ob so ein Yeti-Zeus hier Yeti-Zeus auf eine Base hält. Ich bin echt mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Oh, das ist cool. Da wird die Queen nochmal kurz abgelenkt. Na, okay. Ich muss jetzt dippen. Höre jetzt aber eben mal die Aufnahme quer, ob das zu laut oder zu leise ist. Okay, ich habe festgestellt, man hört nichts. Ich habe es jetzt noch ein kleines bisschen lauter gestellt. Aber ich glaube, man hört immer noch nichts. Ich muss das noch ein bisschen, ein kleines bisschen lauter machen, wenn es jetzt zu laut ist. Ich habe jetzt etliche Aufnahmen mal gemacht, so vom Ton. So müsste es passen. Okay. Aber wir gehen jetzt mal rein in den Live-Fail oder nicht in den Live-Fail. Ist mir jetzt auch... Eigentlich ist es mir nicht egal. Aber wir können uns die Ring-Base hier mal anschauen. Also Rathos 11 Ring-Base. Und ich bin ganz... Ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr unsicher, was solche Bases angeht. Allerdings die Luftabwehren haben mich hier so ein bisschen zu so ein bisschen was mit Yetis und Heiler gezwungen. Und außen mit einem ordentlichen Funnel. Ich weiß nur noch nicht, über welche Seite ich eigentlich komme. Denn wir haben auf beiden Seiten was zu tun. Wir gehen mal rein. Ich habe eine Blimp dabei. Also den Blimp setze ich dann irgendwie so als Notnagel oder sowas. Weiß ich noch nicht genau. 82 Truppen habe ich dabei. Ich habe meine grünen Space dabei. Also überall die grünen Haken. Immer drauf achten, Leute. Meine Helden sind ready. Und der Word steht auch auf Boden. Da soll er auch stehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir gehen mal in den Attack rein. Immer Live-Fails mit Toto. Da kriegen meine Leute ja auch immer die Vollmeise. So will ich es mal sagen. Okay, wir nehmen hier einen Loon dort. Und ich habe hier jetzt keinen Loon mehr gehabt. Da muss es jetzt einfach der mal reißen dort. Und wir wechseln schon mal auf der Blimp. Wir können ja immer noch wechseln. Also die beiden Elektro-Drachen hier sollen einfach nur so ein bisschen Funnel. Mehr sollen die gar nicht machen. Damit ich irgendwie so ein bisschen in die Base rankomme. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Da gehen wir jetzt mal ein paar Sekunden flöten. Aber, oh, die machen das schon sehr, sehr schick dort. Und ich würde sagen, wir können jetzt schon echt cool in die Base reingehen. Ich habe keine Tanks. Ich habe keine Tanks dabei, Leute. 4, 5. Okay. Ich habe keine Tanks dabei. Sondern ich habe nur meine paar Helden dabei. Alles klar. Ich habe nur meine paar Helden dabei. Und ich würde sagen, wir können hier rüber springen. Das ist schon mal sehr, sehr schick. Und dann kommen wir... Nur der Funnel war gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, der Funnel war gar nicht mal so schlecht. Wir kommen in jedem Fall super hier in die Base rein. Und müssen hier allerdings jetzt kurz mal den hier noch mit wegfrosten. Kann ich... Ich könnte jetzt eigentlich noch so ein bisschen mehr machen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr machen hier. Wir gucken mal, wo die noch weitergehen. Mal sehen, ob wir den Blimp nehmen. Oder ob wir nicht lieber den Slammer nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal lieber den Slammer. Wir nehmen aber den Slammer hier auf der Seite. Der kann einfach mal so ein bisschen mitfliegen. Ich habe jetzt noch mal gewechselt auf meinen Slammer. Der ist jetzt nicht ganz so stark. Ich weiß, aber der macht mir hier noch mal so ein bisschen was auf. Und meine Heiler haben es komplett überlebt. Das war eigentlich mein Ziel. Denn die Luftabwehren standen eigentlich optimal für meine Heiler hier. Ich habe außen noch einen Bogey. Einen Cleaner-Bogey hier. Meine Queen kriegt leichten Beschuss. Okay. Oh, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Denn ich habe auch noch Yetis in der Clanburg. Beziehungsweise hier in meinem Blimp drin. Und ich zünde die Queen mal. Sonst wird mir das ein bisschen eng. Ich lasse mir den letzten Wut hier für meine Blimps aus der Clanburg. Aber ich glaube, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Das könnte höchstens noch ein Time-Fail geben. Und eigentlich kann ich das Ding aufmachen. Nicht, dass es nachher wirklich noch ein Time-Fail wird. Okay. Da lag ich dann doch irgendwie. Irgendwie lag ich da dann doch noch richtig. Ich habe so Schiss vor diesen scheiß Ring-Bases. Auch als Rathaus 12. Aber ihr habt es gesehen. Ich habe einen Erfolg. Ich habe einen Erfolg gemacht. Und also es funktioniert. Es funktioniert. Hila und die Yetis. Also auf jeden Fall als Dip. Ich bin nicht so ein guter Angreifer. Leute. Das dürfte mir nicht. Ihr dürft mich nicht missverstehen. Ich bin jetzt nicht so der Held. So der so sagt. So Bock, bock. Ich mache mal eben drei Sterne auf so eine Ring-Base. Rathaus 11. Aber ich habe länger, tatsächlich länger überlegt hier. Wie kannst du es eigentlich machen? Und Massen-Queen-Charge ist sehr, sehr schwer gegen Single-Infernos. Oder aber nimmst du Riesen-Hexen-Bowler gegen die Singles. Aber ich glaube mit dem doch recht teuren Funnel hat das hier ganz gut funktioniert. Also mit den beiden Elektro-Drachen. Die sind wirklich weit gekommen. Und dann haben es halt die anderen Truppen gerissen. Wir haben jetzt 30 Sterne. Das waren jetzt auch. Ja, wir sehen. Wir sind gut. Wir sind gut in der Liga dabei hier. Wunderbar. Der Gegner, der Fight Club. Wir wollen hier halten. Wir wollen halten. Und Fight Club hat 35 Sterne gemacht hier in der Runde. Weiß ich gar nicht, wann wir auf die treffen. Okay, in der dritten Runde treffen wir auf die. Aber, ja. Gerade noch so geschafft. Ich bin echt froh, kann ich euch sagen. Und ich bin auch froh um die 250 Gems. Denn ich habe die Tage gerade 200 Gems ausgegeben. Weil ich mein Ohr weitergemacht habe. Und da habe ich gerade 200 Gems für ausgegeben. Damit ich mein dunkles wegkriege. Da habe ich da. Ah ne, das habe ich dann nicht gesehen. Das lief nämlich so ein bisschen über. Und deswegen habe ich meine Yetis jetzt auch auf 5. Und habe jetzt glaube ich am Laufen meine Hexen. Die können erst mal ganz gemütlich 11 Tage laufen. Und deswegen fehlt mir hier. Ja, hört sich blöd an. Mir fehlten einfach 200 Gems. Aber ich wusste, wenn ich zwei Sterne mache, kriege ich 250 Stück dabei. Und damit haben wir dann auch den Gegner hier niedergerungen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren und Glocke nicht vergessen. Und falls ich es nicht vergesse. Man muss es ja immer wieder sagen. Vergesst nicht euch hier einen Creator Code einzugeben. Den Creator Code Sky nutze ich im Moment. Er ist nämlich gültig, weil Toto immer noch nicht geht. Und man kann es ja nicht oft genug sagen. Also supportet hier eure Lieblings-Streamer und eure Lieblings-Youtuber. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend im Livestream. Also mit Clash. Link in the Description below. Also in der Beschreibung unten drunter ist mein Twitch-Kanal. Dort streame ich heute Abend wieder so ein bisschen Clash of Clans. Was auch immer. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht. Euer Toto.